Hallo hier unten ein paar unserer heutigen Themen. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen, denn ich werde wieder sehr langsam reden. Das egoistische Gehen, also kurz Nachrichten heute. Kein Überblick über alles, aber kurz Nachrichten. Tagesaktuell. Aus der Weltspitze der Wissenschaft, Weltrat der Weisen, der echten Wissenschaft, im Gegensatz zur Pseudowissenschaft. Die Pseudowissenschaften interessieren uns nicht so sehr. Uns interessiert die Wahrheit und echte Wissenschaft als Produzent von Wahrheit. Ja, und damit sind wir beim egoistischen Gehen. Ja, also, wo ist es? Professor Richard Dawkins, hier, ich lese nochmal vor, Wikipedia, in einer Umfrage des Magazins Prospekt, wählte eine Auswahl, ich glaube, man kann es lesen, ja, wählte eine Auswahl britischer und US-amerikanischer Juroren, Professor Richard Dawkins 2013 zum weltweit wichtigsten Denker. Das war er auch 2013, weil der Weltrat ja erst 2018 sich gegründet hat. Weiterentwickler und geistiger Nachfolger von Dawkins wurde 2018 der Weltrat mit seinem Arbeitskreis Next Scientists for Future. Und jetzt weltweit erste Äußerung eines Naturwissenschaftlers, Prof. Richard Dawkins, zur Dysfunktionalität unserer Gesellschaft. Und damit war eigentlich alles gesagt. Was er da sagt, ist eigentlich sehr ähnlich wie die Anekdote vom alten China, wo es auch darum geht, zu verstehen, dass wir einfach durch und durch ein Fehlanreizesystem sind, das vorteilbringende Irrtümer produziert, die Schaden anrichten. Hier, ich zeige Ihnen gleich, wie Sie da hinkommen, hier sozusagen zeigt Prof. Richard Dawkins am Beispiel des Rechtsanwaltswesens und seiner Dysfunktionalität, zeigt also auf, dass eben nicht nur Ärzte, sondern auch Rechtsanwälte, eben vorteilbringende Irrtümer letztendlich evoluieren, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes. Prof. Richard Dawkins ist ja auch der, der den Begriff Meme von Memory für verhaltensteuernde Gedächtnisinhalte quasi geprägt hat, als den besseren Begriff statt Kognitionen oder Attitüden, Einstellungen, was auch immer. Und quasi die Einheiten des Gedächtnisses und des Denkens, die Meme, ja. Und ja, die Anekdote vom alten China ist dem sehr ähnlich. Ich werde es nicht ganz aufschlagen, ich werde jetzt nur googeln, wie macht man das? Das kennen Sie sich schon aus. Das Modernste ist, man geht einfach mit der Maus drüber. 364 steht für die Seite und dann geht man rechte Maustaste. Dann steht hier Google Suche nach Richard Dawkins. Und dann sieht man hier das Ergebnis der Google Suche. Und dann steht da bei uns, und dann suchen nach buchsgoogle.de. Ja, das heißt also, man sucht jetzt nach buchsgoogle.de. Da oben, immer hier gucken, hier oben gucken. Das ist dann die Quelle. Und jetzt sieht man die Buchs Google. Jetzt könnte ich hier draufklicken. Und dann gibt es noch so ein Zeichen für Seite größer machen. So hier ungefähr in der Gegend ist dann so ein Zeichen. Ich will es aber nicht riskieren. Ich weiß nicht, ob man dann Rechte verletzt, weil Sie dann ja das Buch, den Text lesen könnten. Hier müssen Sie jetzt draufklicken. Dann öffnet sich die Seite 364 von das egoistische Gehen. Sie sollten vielleicht ein paar Zeilen vorher beginnen. Und da sehen Sie, wie zum ersten Mal ein echter Naturwissenschaftler, im Gegensatz zu all den Pseudowissenschaftlern und Pseudonaturwissenschaftlern unserer Welt, zum ersten Mal beginnt zu ahnen, am Beispiel des Rechtsanwaltswesens, hier zu Rechtsanwalt, ja, dass unsere gesamte Gesellschaft eventuell fehlgesteuert sein könnte. Nur, dass er sich nicht gewagt hat, weil Professor Richard Dawkins ist recht konservativ in seinem Denken. Er ist kein bodenständiger Linker wie der Weltrat und die Next Scientists for Future. Also so weit, dass er jetzt sozusagen sich fragt, ob nicht der gesamte bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus ein solches Fehlanreizsystem ist und ein solches dysfunktionales Gesamtsystem ist, so weit traute er sich dann doch nicht zu gehen. Er hat die Tür zur Wahrheit einen Spalt geöffnet. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er das getan hat. Er hat dann später große Fehler auch getan. Anstatt eben zu sehen, dass unser Wirtschaftssystem das Problem ist mit seinen Fehlanreizen, hat er plötzlich als Schuldigen die Religionen auserkoren und in den Büchern der Gotteswahn und die Schöpfungslüge und so weiter quasi Kritik an den Religionen geübt. Dabei sind die Religionen völlig unwichtig. Es sind völlig unbedeutend. Lassen wir doch die Religionen bitte in Ruhe. Denn das Ganze ist ein Problem des Wirtschaftssystems. Es ist so, dass eben die Händler, um ihren Umsatz zu vergrößern, unsere natürlichen Glücksquellen wie Körperkontakt zum Beispiel und Sexualität unterdrücken müssen mit vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killerviren des Geistes, uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen müssen und uns einer Massenmanipulation unterziehen müssen, die Weltbevölkerung, damit wir unglücklich werden und dann mehr seiner Produkte kaufen als Konsumsüchtige, Kaufsüchtige, Alkoholsüchtige, Zigarettensüchtige, Süßigkeitensüchtige, Süchtige, 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 damit wir süchtig kaufen. Das ist ein Cut. Überhaupt nichts mit den Religionen zu tun, sondern hat ausschließlich mit dem Wirtschaftssystem zu tun. Und bitteschön kümmern wir uns doch um die wahre Ursache, nämlich, dass wir den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus beenden müssen, sanft, behutsam, realistisch, naturwissenschaftlich und eben starke positive Anreize setzen müssen, damit wir sozusagen letztendlich ja, das Problem lösen können, das eben Richard Dawkins da beschrieben hat. So, und dann ja, vielleicht lesen Sie zum ersten Mal, was ein, was echte Naturwissenschaftler, was der geschrieben hat. Ich weiß nicht genau, wann er es geschrieben hat, weil ja das egoistische Gen irgendwie immer wieder neu bearbeitet wurde, aber ich denke so ungefähr um die 1980 rum sollte das, dieser Teil da reingeschrieben worden sein. Ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, wann er es genau zum ersten Mal überhaupt geschrieben hat. Das wäre jetzt historisch ganz interessant. Ja, auch so übrigens ein direkter Link, das funktionierte irgendwie nicht, einen direkten Link auf diese Seite zu schalten, vielleicht weil da Google eine Sperre drin hat, denn schließlich kann man ja dann die Bücher lesen teilweise. Und dann hier sehen Sie ja die Links zu den wichtigen Sachen hier bei uns. Und dann ist unser Kernsatz, ja, ja, Prof. Richard Dawkins hat erkannt, ja, die Anwälte schaden den Kunden, weil sie nur so aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern, sie sind sich nicht bewusst, dass sie den Kunden schaden, sondern sie denken, sie würden alles richtig machen, weil sie nämlich nichts anderes machen, so wie die Mediziner auch, einfach die vorteilbringenden Irrtümer, die sie im Studium gelernt haben, wenden sie an und hinterfragen sie einfach nicht, denn etwas, was so gut funktioniert, warum soll ich das hinterfragen, wo das Geschäft so gut läuft, ne, Schluck Wasser. Ja, und der Punkt ist, Gesellschaft kann nicht funktionieren, ohne starke positive Anreize. Man müsste also das Einkommen der Anwälte, die Verdienstzuschüsse und die sonstigen positiven Anreize für Anwälte koppeln daran an das sicherheitsmäßige Wohlergehen der Kunden. Ja, das heißt, also wir müssen es so machen, wie beim Hausärztesystem sollte auch jeder einen Hausanwalt haben und der kümmert sich darum, dass die Leute dass er allen Stress von Rechtsquerelen sozusagen von ihnen hält, indem er sie präventiv begleitet in einen rechtssicheren Zustand, wo sie sich, wo sie nicht in Prozesse verwickelt werden, wo alle Sachen juristisch vorher geklärt worden sind, sodass es erst gar nicht zu Streitigkeiten und Prozessen kommt. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Also Gesellschaft kann eben nicht funktionieren und das mit den Rechtsanwälten und der Polizei und dem Staatsanwalt und den Gerichten, die innere Sicherheit kann grundsätzlich nicht funktionieren ohne starke positive Anreize. Und da sind wir dann auch wieder bei der Anekdote vom alten China, auf die ich nachher nochmal gründlicher eingehen werde. Ja, so, dann lese ich mal weiter vor. Die Talk-Teilnehmer in allen Talks sollten sich gegenseitig sagen, aufgrund welcher Gehirnwäsche sie zu falschen Sichtweisen gekommen sind. Also wir müssen es zum Standard machen. Ja, ich habe die gelesen über Maybrit Illner und von Gmx. In den Talkshows, es wird nie gefragt, zum Beispiel war diese, diese, ja, so eine, so eine wirtnamesische Frau, die im Internet berüchtigt ist für ihre, ja, letztendlich pseudowissenschaftlichen, konzernfreundlichen, pseudowissenschaftlichen Sichtweisen. Ja, das müsste das Thema jeder Talkshow sein, dass man sagt, ja, wo ist diese Frau, sozusagen, aufgrund einer pseudowissenschaftlichen Ausbildung, voll von Vorteilbringenden Irrtümern, irgendwelcher Sparten der Gesellschaft? Wo ist sie dadurch zu einer Manipulateurin und Gehirnwäscherin geworden? Und warum? Und das ist die entscheidende Frage, die den guten, den guten Politiker von dem schlechten Politiker unterscheidet, sozusagen. Ja, die Neuparteien wollen eigentlich, was gegen den Lobbyismus unternehmen, haben aber als Mitglieder mehr Lobbyisten als Wähler. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, denn diese Lobbyisten, die haben, wenn man die schon in der eigenen Partei hat, dann gelingt das Idealbild eines neuen, guten Politikers nicht, der daraus besteht, dass man sich gegenseitig in der Partei fragt, hier, wo ist unser Denken voll von Vorteilbringenden Irrtümern, irgendwelcher Sparten, so dass wir eigentlich dann wieder Reformkonzepte machen gegen die Wählerinnen, wieder gegen die Wählerinnen und dann auch noch die naive Hoffnung haben, dass wir mit Reformen, die gegen die Wählerinnen gerichtet sind und zum Beispiel für die Lobbyisten, der der Heilpraktiker-Lobbys sozusagen sind, aber die Wählerinnen müssen das Ganze bezahlen und müssen darunter bluten, weil sie dann ein noch teureres Gesundheitswesen bezahlen müssen. Ja, noch einmal ganz kurz, es ist richtig, den Heilpraktikern den Zugang zu den Krankenkassen zu geben, aber nach Installierung einer Leistungsmessung, ob die Schulmediziner oder ob die Heilpraktiker der Gesundheit der Kunden eher Schaden zufügen oder Nutzen zufügen. Der Gesundheitsnutzen muss gemessen werden, das heißt also Krankheitsverhinderungswirkung und Gesundheitsförderungswirkung dieser Gesundheitsnutzen muss gemessen werden und daraus dann die Position in den Ranglisten errechnet werden und dann können sich die WählerInnen entscheiden, zu den guten Praxen zu wechseln, denen mit gutem Gesundheitsnutzen und das ist ein gutes System, aber einfach sozusagen das Gesundheitswesen für lauter weitere potenzielle Scharlatane und Quacksalber zu öffnen, ohne diese einer Leistungsmessung Überprüfung zu unterziehen, also auf den Gesundheitsnutzen für die Kunden zu untersuchen, das ist einfach fahrlässig und ist gegen die WählerInnen gerichtet. Das ist einfach Lobbyismus für Quacksalber und Scharlatane und damit wird die Basis nicht weit kommen, die Basis Demokratische Partei. Da wird sie nicht in den Bereich der 56% kommen, der Next Scientist for Future. Ja, manche behaupten, dass Mindesteinkommen bedeutet, dass der Unternehmer unterstützt würde und das sei schlecht. Also Thema Mindesteinkommen, wo Professor Hans-Werner Sinn ja sagt, das ist der falsche Weg, das ist keine linke Politik, denn er ist ja selbst ein echter Linker und war früher sogar ein richtig linksaktiver, 68er sozusagen, Alt-68er ist er quasi, wie Rainer Langhans und er sagt eben, aber nee, Mindesteinkommen ist keine linke und soziale Politik, sondern eher eine nicht linke und soziale Politik, zumindest deutet er das an und nur traut er sich auch wieder nicht so weit zu gehen, das ist eine Ähnlichkeit zu Dawkins, dass er traut sich nicht zu sagen, dass auch Gewerkschaften und Tariflöhne dann, das sind nämlich auch Mindestlöhne, genauso schädlich sind. Ja, denn wie ist die Realität? Was passiert real? Wir haben, ich gehe doch vielleicht doch mal auf dieses Bild wieder, ich gehe mal dahin, wir haben sozusagen erfolgreiche Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell und ich lese es mal vorerst. In Wahrheit ist das gut, wenn der Staat quasi Leute, die quasi stellen wir uns ein nicht rentables Unternehmen vor oder wenig, also ein nicht rentabel ist ja Quatsch, aber ein wenig rentables Unternehmen vor. Dieses wenig rentable Unternehmen erzielt nur ganz geringen, ganz geringe Einnahmen. Aber nach dem Prinzip, dass es immer besser ist, wenn ein Mensch arbeitet, als wenn er verwahrlost als Arbeitsloser und damit als Kunde den Sozialsparten dient, sozusagen, die sich quasi an seiner Verwahrlosung bereichern, also, wie ist die Begründung, warum das gut ist, dass dieses wenig rentable Unternehmen den Leuten halt, was weiß ich, zwei Euro die Stunde zahlt, ein Euro die Stunde zahlt, weil es mehr gar nicht zahlen kann und den Rest des Mindesteinkommens der Staat draufgibt. Zum Beispiel bis zur Höhe von Hartz IV oder bis zur Höhe eines kleinen bedingungslosen Grundeinkommens, über das man ja diskutieren kann und so weiter. Ja, wenn ein Arbeitnehmer, jetzt gucken wir uns an, hier, wir haben Arbeitnehmer, die haben eine hohe Qualifikation und haben große Gehirne und sind sehr leistungsfähig. Wenn solch ein Arbeitnehmer, nehmen wir hier so einen Arbeitnehmer, überdurchschnittlich fähig und intelligent und so weiter, ja, wenn der, der ist gefragt auf dem Markt. Wenn jetzt der Unternehmer hingehen würde und sagen würde, ich senke jetzt deinen Lohn um 5 Euro pro Stunde ab, dann würde der sagen, ja, danke, tschüss, ich gehe jetzt, ich gehe, weil ich habe so viele Angebote von anderen Unternehmern, die auf mich warten und da kriege ich dann wieder mein normales Geld und dann ist der weg und der, die Firma geht irgendwann Pleite, weil alle guten Leute dann jetzt abwandern, auch diese ewige Fluktuation und da müssen die Leute, neuen Leute wieder eingearbeitet werden, das bringt denen also gar nichts und wenn er dann mit Leuten arbeitet, die für 3 Euro die Stunde arbeiten oder 2 Euro die Stunde arbeiten müssen, weil sie eher hier sind, nicht qualifiziert, niedrigst qualifiziert oder gar nicht qualifiziert, dann wird das Unternehmen kaputt gehen, weil die Qualität seiner Arbeit so schlecht ist, dass die Kunden dann wegfallen und dann geht dieses Unternehmen pleite. Ja, das heißt, wenn wir also ein Unternehmen haben, das zum Beispiel niedrig rentabel ist, ein niedrig rentables Unternehmen, weil auch der Unternehmer ziemlich inkompetent ist, ja, aber auch die Inkompetenten müssen wir doch arbeiten lassen, wir wollen sie doch nicht als Arbeitslose verwahrlosen lassen, wir haben also einen inkompetenten Unternehmer und seine inkompetenten Mitarbeiter, ja, und denen kann er halt nur 1 Euro, 2 Euro die Stunde zahlen, ja, und dass dann der Staat den Mitarbeiter den Rest zum Leben draufgibt, ist doch eine gute Sache. Es ist ja nicht so, dass dieser Unternehmer davon profitieren würde, ja, weil ich habe ja eben erklärt, wenn ein Unternehmer sozusagen das Gehalt senkt, dann wandern Arbeitnehmer, die eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, verlassen sofort das Unternehmen und gehen dorthin, wo sie wieder einen hohen Lohn bekommen. Also wenn diese Leute hier jetzt, wenn er die quasi jeder Unternehmer, der seine Leute unterbezahlt, so mit dem Hinweis, dem vermeintlichen Hinweis, ihr kriegt ja den Rest eures Lebensgeldes als Mindesteinkommen vom Staat, da profitiert er nicht davon, weil er hat eben dann auch immer nur diese niedrig qualifizierten Mitarbeiter. Und er kommt eben so auch nicht an qualifiziertere Mitarbeiter ran, weil um an qualifiziertere Mitarbeiter ranzukommen, müsste er ja nicht 3 Euro die Stunde zahlen, sondern 7 Euro die Stunde oder 10 Euro die Stunde. Also der Unternehmer hat überhaupt nichts davon, dass der Staat den Leuten zu deren Einkommen ein Mindesteinkommen aufstockt bis zur Höhe eines Mindesteinkommens noch was dazu gibt. Davon hat der Unternehmer selbst gar nichts. Und es ist eben auch für Unternehmer hier zum Beispiel überhaupt kein Geschäftsmodell zu sagen, ich entlasse jetzt meine fähigeren Mitarbeiter, weil die mir zu teuer sind und ich suche mir jetzt lauter Leute, die bereit sind für 2 Euro die Stunde zu arbeiten und nehme die dann hier rein und sage dann, ihr kriegt ja den Rest eures Geldes für das Mindesteinkommen, weil das Problem ist, sein Unternehmenseinkommen sinkt ja drastisch ab, weil diese niedrig qualifizierten Mitarbeiter, die ihr jetzt rein bekommt, die auch tatsächlich nur 2 Euro die Stunde wert sind, eben auch unheimlich geringe Ergebnisse, Unternehmensergebnisse erzielen, das heißt, sein Unternehmen würde insgesamt damit ja drastisch absteigen, also das heißt, ein Unternehmer profitiert überhaupt nicht davon, von dem Modell, sondern jeder Unternehmer ist sowieso gezwungen, seinen Mitarbeitern immer den marktgerechten, leistungsgerechten Lohn zahlen zu müssen, sonst wandern die ja ab an andere Unternehmen und dann hat er eine ständige Fluktuation und so weiter. Ich lese es aber nochmal hier vor. Also wenn ein Arbeitnehmer gefragt auf dem Markt ist und der Unternehmer senkt den Lohn, dann wechselt der Arbeitnehmer in einen anderen Job, wo der Unternehmer den marktgerechten höheren Lohn zahlt. Dann hat also das Unternehmen, das seine Löhne gesenkt hat, quasi sich selbst ruiniert, weil die fähigen Leute alle weg sind und damit erwirtschaftet es nichts mehr, weil nur fähige Leute auch große Einnahmen erwirtschaften können. Dann haben wir, stellen Sie sich vor, einen Restaurant Koch, am Ende haben Sie dann einen unfähigen Koch und der kocht dann mit seinen schlecht schmeckenden Gerichten sozusagen die ganze Kundschaft aus dem Restaurant raus. Dann ist das Unternehmen halt kaputt. ja also es bringt überhaupt nichts das Modell sozusagen. Ich lese mal weiter vor. Große Fluktuation kann ein Unternehmer nur verhindern, also dass die Mitarbeiter ständig wechseln und er sie für teures Geld immer wieder neu einarbeiten muss und neu schulen muss und so weiter. Diese große Fluktuation kann der Unternehmer nur dadurch verhindern, dass er immer grundsätzlich marktgerechten Lohn zahlt. Auch im Niedrigstlohnbereich. Denn im Sinne des ja wie gesagt sonst wenn er immer wenn er zu wenig zahlen würde nicht den marktgerechten Lohn zahlt dann wandern die fähigen Mitarbeiter ab, weil die quasi woanders mehr Geld bekommen und dann muss er wieder die Leute neu einarbeiten und dann verliert er noch mehr Geld und so weiter. Also er ruiniert dann sein Unternehmen wenn er darauf setzen würde ja der Staat stockt ja auf und ja das bringt ihm gar nichts das bringt dem Unternehmer überhaupt nichts das ist ein reines Märchen offensichtlich rufen sie bei uns an wenn sie das wenn sie Argumente haben die das anders sehen gerne anrufen bei uns im Sinne des Mindesteinkommens was von Staatsseite dazu zu geben das ist unsere Vorstellung vom Sozialen das greift eben aber nicht in den Markt ein bedeutet auch keine Begünstigung der niedrig rentablen Unternehmen die werden dadurch nicht begünstigt ich hoffe das ist jetzt jedem klar aber das sieht man wie so vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten wie sich das überall festgesetzt hat in jeder normalen Talkshow des Normal Fernsehens sozusagen würden die Leute vehement sagen nein Mindestlohn ist total sozial und so weiter dabei ist der Mindestlohn führt dazu dass die wenig rentablen Unternehmen pleite gehen weil sie viel zu hohe Löhne zahlen müssen mehr zahlen müssen als die Mitarbeiter wert sind und mehr schöpfen sozusagen und dadurch sind die dann alle arbeitslos und dann haben endlich die Sozialspartler die Arbeitsamt Mitarbeiter die NGOs und so weiter alle wieder viele Sozialfälle um die sie sich rührend kümmern können wo sie dann Karriere machen können und sich bereichern können an dem Leiden der Massen Arbeitslosen der Massen von Langzeitarbeitslosen aber so sieht man wie stark die vorteilbringenden Irrtümer sind und wie sie uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen Ja dann zu dem Thema noch einmal auch zum Beispiel ich habe ja schon immer gesagt oder schon lange gesagt dass die dass wir zum Beispiel völlig neutrale von der Medizin unabhängige Biologen nehmen sollten um zum Beispiel darüber zu entscheiden ob ein Intensiv ein Mensch ein Intensivbett braucht oder nicht eine Beatmung braucht oder nicht damit eben nicht die Mediziner aus Geldgründen sozusagen diese Betten leichtfertig belegen mit Leichtkranken und so dann sozusagen die die Gesellschaft dazu bringen sozusagen Lockdowns zu verhängen die dann wieder riesige Kollateralschäden anrichten aber da gilt eben auch leider der Satz deswegen ist es so gefährlich dass unsere Universitäten mittlerweile sozusagen auch so viel Pseudowissenschaften beinhalten beheimaten sozusagen fehlt nur noch dass die die dass die Universitäten bald den Fachbereich McDonalds essen die das Studium für gesunde Ernährung das fehlt noch dass die das demnächst mal aufmachen die Universitäten denn die Medizin ist nichts anderes als eine McDonalds artige Industrie wo es um Profite geht und keineswegs um gesundes Leben sondern da geht es genauso wie es bei McDonalds nicht um gesunde Ernährung geht sondern um Verkauf von krankmachenden Suchtmitteln genauso ist es bei der Medizin so da geht es um den Verkauf von krankmachenden Suchtmitteln zum Beispiel süchtig machenden Medikamenten maximale Medikamentensucht bringt allen Beteiligten am meisten Geld und deswegen gilt so der Satz eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus wir haben also an den Universitäten eben Mediziner und Biologen und da gilt dann eben leider auch wieder dass die meisten Biologen sich nicht trauen würden die Wahrheit zu sagen über die Intensivbetten Belegung weil wie gesagt eine Krähe die Biologen hackt dem Mediziner der anderen Krähe kein Auge aus denn beide sind sie Kompagnons an den Unis und das ist deswegen brauchen wir unsere Reform wir brauchen unsere Reform wo dann eben alle Beteiligten nur noch dann positive Anreize bekommen Verdienstzuschüsse und ähnliche Dinge Karrieremöglichkeiten wenn sie Gesundheit und also Wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit der Kunden Mitarbeiter und Anwohner bestmöglich gefördert haben und das ist sozusagen der einzige Weg der uns da retten kann das mit den Biologen wäre nur eine vorübergehende Notlösung mit begrenzten Wirkungsgrad wegen dieses Gesetzes eine Krähe hackt der anderen ja kein Auge aus ja die Frage ist eben der Biologe wird sich auch nicht trauen wegen dieses Gesetzes die Wahrheit über die Stärke eines Patienten zu sagen ja wir haben das Fernsehen in den letzten Jahren gesichtet sozusagen das Internetfernsehen und das normale wir haben diese Bibliothek quasi ausgelesen und nur ganz selten ein paar Wahrheiten gefunden die haben wir empfohlen dem besten Sender überhaupt dem besten Fernsehsender überhaupt bei YouTube in die Suchmaske eingeben News und Talks für also News und Talks für vier Worte und dann sich richten nach dem schwarzen Stern ja und da findet man in den Playlists findet man das was gut ist und was man dort nicht findet ist einfach nur Irrtum Unwahrheit Irreführung Manipulation Gehirnwäsche und 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 das brauchen sie auch nicht alles sie brauchen eigentlich nur diesen Sender und nur diesen Sender zu abonnieren dann haben sie alles nicht vergessen die Glocke zu drücken dann kriegen sie immer alles was wichtig ist und sie müssen aber regelmäßig in den Playlists schauen denn durch das Abonnieren kriegen sie nicht alle Sendungen mit sondern in erster Linie der Sender ist auch ein Re-Upload Sender aber nur einen Teil der Sendungen kann er re-uploaden weil das rechtemäßig erlaubt ist und die anderen Sendungen wo die Rechtslage unklar ist und das Uploaden eventuell unerlaubt sein könnte die werden alle in die Playlists reingetan also das Gesamtprogramm finden sie immer nur in den Playlists das Re-Uploads werden gemacht überall dort wo es Gesetz erlaubt ist wo die öffentliche Lizenz sozusagen vorliegt also müssen sie immer in den Playlists gucken nach dem neuesten Stand also regelmäßig gucken was ist aktuell heißt die Playlist Nummer 6 glaube ich bald gibt es wahrscheinlich die Playlist 7 und da muss man dann halt gucken was ist da drin ich kann das ja gerade mal hier gucken Moment ich gucke mal in diese Playlist rein hier was ist zum Beispiel hier YouTube dann gibt man hier ein wo ist die Tastatur so News und Talks für mal gucken was jetzt passiert da habe ich einen schwarzen Stern da klicke ich drauf auf den schwarzen Stern und gehe auf Playlists und habe dann die Playlists dann sehe ich hier Playlists Englisch einmal Englisch und dann sehen Sie mit Dr. Medgerd Reuter der ja auch Mitglied bei die Basis ist Prof. Hans-Werner Sinn hier eine interessante Sendung in der Playlist 1 Playlist 2 Prof. Achim Truger von den Wirtschaftsweisen hier der der bahnbrechende Bild Zeitungsbericht vom Chefredakteur hier Skobel von Dreisat hier sieht man zum Beispiel Prof. Dr. Medgerd Reuter ein paar Arzt packt aus als Anfangssendung hier Sarah Wagenknecht ist Kapitalismus Per Na was ist denn jetzt los Ist Kapitalismus per se schlecht Na Ist Kapitalismus per se schlecht dann hier Arte das Ringen um die Wahrheit die Pseudowissenschaft unserer Universitäten die Wahrheits Verhinderung wie unsere Universitäten und unsere Pseudowissenschaften die Wahrheiten verhindern der Sender wir haben ihm empfohlen doch mal endlich über die 400 zu gehen aber vielleicht verhindert das ja YouTube wissen wir nicht abonnieren sie doch mal und dann sieht man ob die über die 400 kommen denn dann würden die das monetarisieren aber nicht um Geld zu verdienen das Geld interessiert sie gar nicht die spenden sowieso alles für gute Zwecke sondern es geht darum dass sich dann die Videos bei den der Sender generell bei YouTube einfach dann wenn YouTube Geld bringt über diese Werbeeinnahmen dass dann YouTube den Sender auch besser behandelt sozusagen und stärker bekannt macht sozusagen ja und jetzt gehe ich mal auf die Playlist 6 hier gehe mal auf alle ansehen Dann haben wir hier Arte müssen Sie unbedingt schauen Forschung Fake und faule Tricks unserer Pseudowissenschaften an den Universitäten und so weiter und Sie sehen auch überall entweder gelöschte Videos oder aus Vorsichtsgründen wegen der Gefahr der Löschung von Sendern privat gestellte Videos und wir sind jetzt hier bei Nummer 107 die machen jede Playlist ungefähr voll bis zur Nummer 150 sehen Sie hier gerade die neuesten Sendungen Ulrich Mies bei das ist wohl hier wie heißt das Oval Media denke ich oder Ulrich Mies bei Oval Media veröffentlicht von der verfassungsgebenden Versammlung wo ich mit dem Initiator gestern eine Stunde telefoniert habe ja man sieht dann auch an den Spots die die sonst haben dass die auch wieder sehr viele durch vorteilbringende Irrtümer irgendwelche Lobbyisten und Spaten geprägte falsche Reformkonzepte im Kopf haben aber darüber muss man dann halt diskutieren eben immer mit dieser Grundaussage ja dann sehen sie hier welche verfassungsgebende Versammlung führt uns aus der Krise sozusagen Gemeinwohl Lobby da werde ich ja heute Abend bin ich ja eingeladen für heute Abend mitzudiskutieren oder als Ideengeber mit dazuzukommen mit den Next Scientist for Future Ideen sozusagen dann wir werden noch mehr Lockdowns haben weil Angst ein sehr guter Wahlhelfer ist ja interessanter Gedanke finde ich dann hier nochmal Ausschnitte von Arte Profiteure der Angst ja Wodag und Drosten und so weiter sie sehen das Programm hier ist immer das beste das ist das alles was gut ist landet hier alles was hier nicht landet können sie im Prinzip vergessen ja ähm Tipps für die Basis das ist also was von uns was dann hier landet natürlich auch in den Playlist landet manchmal re-uploaden sie das auch oder meistens re-uploaden sie die Sendung dann auch nochmal äh wie funktioniert Politik in der Schweiz da sieht man sehr kompliziert und unsere Modelle sind einfacher als die Schweiz und effizienter als die Schweiz also Schweiz kompliziert aber wenig effizient zwar besser als Deutschland aber wenig effizient unsere Systeme unsere Verfassungsänderungen würden bedeuten viel effizienter viel zeitsparender und viel mehr dass sie liebe Wählerinnen wirklich das Sagen bekommen dann Hexenjagd auf Schauspieler wie vor 500 Jahren ja das Verbrennen von jetzt noch sind wir nicht so weit dass diese Schauspieler jetzt verbrannt werden Gemeinwohl Ökonomie kurz erklärt nochmal zur Erinnerung das ist unsere jüngere Schwester die noch halt sehr sehr grün hinter den Ohren ist und noch sehr wenig kompetent ist also gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme noch nicht wirklich tief verstanden hat und also quasi uns auch noch nicht in keinster Weise in der Lage ist zu verstehen ja und so Professor Sucharit-Bakti vor 20 Jahren wo man sieht dass er ein ganz kluger wissenschaftskritischer Kopf ist und so weiter ja und dass so einen Mann muss man natürlich immer hören weil er wirklich verstanden hat wie Pseudowissenschaft auch funktioniert und so weiter wo es ums Geld geht und so weiter Geschichte wiederholt sich fast 1 zu 1 Wolfgang Wodag ja Sie sehen es überall Psychologe Ruppert eingetreten bei die Basis und so weiter ja also ja das ist halt nun mal der beste Sender im Fernsehen überhaupt weltweit im deutschsprachigen Raum und was wir soweit wir das weltweite gesicht haben auch der beste für die weltweite Perspektive oder ja so das war es jetzt dazu und ich lese mal weiter vor also alles andere ist also eher Irrtum Irreführung Massenmanipulation Gehirnwäsche können Sie vergessen aus naturwissenschaftlicher Sicht einfach nur Manipulation Irreführung ja Gmx führt Querdenker ja führt quasi Querdenker als neues Synonym also zusammen also in der Talkshow Maybrit Illner zumindest in dem Bericht von Gmx darüber also in dem Nachtrag von Gmx über diese Talkshow wird also quasi Querdenker als neues Synonym für Rechte eingeführt so nach dem Motto dass den den Köpfen ich habe ja schon öfters gesagt dass die Neuparteien die meisten Neuparteien eher Probleme mit der Linksradikalität haben die meisten Neuparteien die halten wir für zu nah am Linkskriminellen und am Linksradikalen aber trotzdem versucht genau versucht man genau das Gegenteilige zu machen man versucht die Querdenker die also eher Probleme mit der Linksradikalität haben eher sozusagen als Rechte zu brandmarken ja uns eine Hexenjagd in dem Sinne auszusetzen da sieht man wie absurd alles ist ne für uns als bodenständige vernünftige realistische naturwissenschaftliche echte Linke sind die Neuparteien haben kämpfen alle mit linksradikalen Konzepten in Talk fehlt wohl die Frage nach den vorteilbringenden Irrtümern ja das ist eben genau der Punkt eigentlich müssten die Moderatoren sagen sagen sie sich doch mal liebe Gäste sagen sie sich doch mal gegenseitig wo die Köpfe der jeweils anderen voll seien von vorteilbringenden Irrtümern von Gehirnwische von manipuliert worden seien und warum sie uns deswegen in die Irre führen das ist das wäre gute Talkgeschichte und so werden wir in Zukunft unsere Talkshows machen als echte freie Argumente Kulturplattformen in diesem Sinne das werde ich dann auch am Samstag in der nächsten Talkrunde dann empfehlen dass wir genau so immer vorgehen also und dann erinnere ich noch mal kurz an unseren Begriff des GAU und Gaff der größte anzunehmende Verbrecher den müssen wir uns immer denken und dann die positiven Anreize so wasserdicht setzen dass auch der größte anzunehmende Verbrecher keine Beute mehr gewinnen kann sondern eben lebenslänglich im Gefängnis landet besondere Schwere der Schuld und so weiter und das müssen wir genauso machen damit eben Schwerstverbrecher dann auch wirklich richtig gestoppt werden ja und dann sollte man darüber nachdenken dass die Leute die sich damit beschäftigen also gibt ja diese zwei Ebenen den Staat besser machen oder besseres Leben in Kommunen also in Inseln herzustellen wenn aber aus so einer Insel wenn aus einer Kommune die wirklich erfolgreich ist und die wächst und die wird immer größer dann wird sie ja so eine Art Mini Staat so ein Mini Staat im Staat und dann muss sie sich klar sein sie sollte vom ersten Tag anschließend sich schon anfangen an der eigenen Verfassung zu arbeiten an einer guten Verfassung zu arbeiten weil sozusagen wenn man von Anfang an strukturlos eine Kommune aufbaut und sich nicht um die Frage der Regeln dieser Kommune kümmert dann wird das eben immer wieder scheitern also werde ich auch am Samstag dann wieder empfehlen lasst uns über das Konzept Mini Staat andenken ihr müsst eure kleinen Kommunen jetzt schon als die Keimzelle des Mini Staates verstehen und dann schon quasi eine Verfassung Stück für Stück aufbauen ja und dann werden wir auch nochmal die Leute da alle bitten dann nochmal den Sender News und Talks für zu abonnieren um zu gucken ob da diese Push Möglichkeit bestehen kann ja ja und wie gesagt so das war's und jetzt gehen wir wieder zurück zu hier ja also ich nochmal die Schlagzeilen heute hier wir haben also zu viele Lobbyisten in den Neuparteien und zu wenige echte WählerInnen in den Neuparteien das Verhältnis stimmt einfach nicht ja und das ist ein Riesenproblem ja und wir haben eben auch zu viel Linksradikale in den Neuparteien und ja da fehlt die Vernunft und deswegen ich kann nur sagen meine realistische Schätzung für Sachsen-Anhalt ist die Basis 0,5% weil sie von einfach die Idee mit inkompetenten Wählerinnen schädigenden Reformkonzepten unsere 56% erreichen zu wollen das ist einfach eine Illusion das geht einfach nicht sie müssen schon kompetente Leute heranziehen und die Idee von Herrn Baum dem neuen Bundesvorsitzenden sozusagen auf die Schwarmintelligenz der inkompetenten zu setzen das ist das wird dieser Partei das Genick brechen ohne die kompetentesten Experten der Welt zu nutzen für die Partei wird das nichts die Bürger merken dass das sich um eine inkompetente Partei eine Partei der inkompetenten handelt und das bringt nichts hoffe sie kriegen die Kurve noch ich kann nur hoffen dass sie die Kurve noch kriegen also wir stehen ja jederzeit zur Verfügung zu helfen das ist ja ist das Kernelement worum sich die Professoren zusammen telefoniert hatten beim Weltrat der Weisen und letztendlich auch bei den Next Scientists for Future immer gehen wir von der Anekdote vom alten China aus die strukturell Ähnlichkeiten hat ich werde es gleich so darstellen dass ich mich auf den Text von Professor Richard Dawkins im egoistischen Gen beziehe und auf die Anekdote vom alten China und da gehe ich mal von Bildern her gehe ich doch mal hier hin ich gehe mal hier hin also wir haben hier ein Dorf eine Kommune 120 Individuen und angeblich wurde jetzt hier das ist der Arzt so lange von allen beschenkt im Dorf wie alle kerngesund und glücklich waren was für Merkmale hat hat das also ja und der Rechtsanwalt und hier wäre dann der hier ist der Haus Arzt dieser Kommune seine Praxis und hier ist der Haus Anwalt dieser Kommune und jetzt würde quasi nachdem Dawkins die Dysfunktionalität des Rechtsanwalts Unwesens aufgezeigt hat und das ist jetzt auch der Punkt ja die Anwälte Fischer und Füllmich sind die in der Lage sich selbst auf ihre eigenen Vorteil bringenden Irrtümer ihre eigenen Rechtsanwalts Sparte hinterfragen zu können auch Professor Schwart oder können sie das generell nicht und dann sind sie ungeeignet für die Politik ein guter Politiker ist immer der der in der Lage ist sich selbst zu fragen ist mein Kopf voll von der Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten besonders der eigenen bin ich Opfer der Massenmanipulation und mache ich deswegen schädliche Politik für die Wählerinnen also wir haben hier den Hausanwalt und den Hausarzt und jetzt ist es so der Hausarzt und der Hausanwalt kriegen dann die meisten Geschenke Geschenke das übersetzen wir jetzt in die moderne Politik Verdienst Zuschüsse positive Anreize Belohnungen wenn alle im Dorf gesund und glücklich und frei von juristischen Querelen und juristischem Stress sind also auch von dem Stress eines Prozesses freigehalten werden durch den Präventiv Anwalt und seine Präventiv Kanzlei und die Präventiv Praxen Hausarzt Praxen Hausarzt Präventions Praxen So und was ist dazu nötig all die Leute müssen wissen wie es den anderen geht und wie erfährt man in einer modernen Gesellschaft wie es den Nachbarn geht wenn es sich eben nicht um eine 120 Personen Kommune handelt indem wir alle Bürger alle Wählerinnen Wohlfühlstimmen zum Beispiel Wohlfühlstimmen abgeben lassen deren Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten auswerten die Langlebigkeitsdaten sind ja in der Wohlfühlstimme schon mit drin das ist ja mit drin die Wohlfühlstimme beinhaltet ja die Langlebigkeitsmessung und und dann wenn wir dann zum Beispiel für die Stadt Hamburg eine Rangliste aller Praxen haben und aller Kanzleien haben und da der Gesundheitsnutzen und der juristische Stressfreiheitsnutzen gemessen wird quasi und dann können die die gesamten Wähler in Hamburg zum Beispiel jetzt hier jemand wohnt eben zum Beispiel hier wohnt hier und sucht sich in der Rangliste durch eine Umkreissuche sucht er in seinem Viertel welche Haus welche Praxen und welche Kanzleien gibt es und da ist zum Beispiel hier ein Hausarzt der in der Rangliste die relativ höchste Position unter allen hier befindlichen Hausärzten ist und dann wählt man sich den und dann hier ist ein Anwalt und der hat die höchste Ranglisten Position die in der Umkreissuche auftaucht und den wählt sich dann wählen sie sich liebe Wählerinnen und das ist das gleiche wie wenn es heißt in der Anekdote dass die Geschenke gegeben werden solange alle im Dorf gesund und glücklich sind also die kriegen die größten Verdienst Zuschüsse die in den Ranglisten oben sind weil sie den größten Gesundheitsnutzen und juristischen querelen Stressfreiheitsnutzen bei den Bürgern erzielen bei den WählerInnen erzielen und das ist sozusagen wir übertragen also quasi nur die Anekdote vom alten China in die moderne Zeit mit den Leistungsranglisten Transparenz Ranglisten realisieren wir das was in der Anekdote ja die Voraussetzung ist nämlich dass jeder alle kennt und dadurch weiß welchen Gesundheitsnutzen der Arzt entfaltet und danach davon seine Geschenke abhängig machen kann das haben wir einfach nur in die moderne Gesellschaft übertragen wenn auch nur einer krank oder unglücklich wird dann kriegen das alle mit in der Anekdote und reduzieren ihre Geschenke das heißt und das übertragen wir auf die moderne Gesellschaft die Verdienst Zuschüsse an die Praxen und Kanzleien an die konkrete Praxis und wenn der jetzt krank wird unser Wähler krank oder unglücklich oder gestresst wird durch einen Prozess der hätte vermieden werden können dann wird quasi werden die Verdienst Zuschüsse für diese Praxis und diese Kanzlei reduziert und das heißt wir machen das gleiche wie das die hier in der Anekdoten vom alten China gemacht haben die einfach die Geschenke zu reduzieren nur dass sie bei uns nicht Geschenke heißen sondern Verdienst Zuschüsse und allgemeine starke positive Anreize werden reduziert und dadurch werden sich diese Praxis und Kanzlei bemühen wieder alles zu tun dass es dem schnellstmöglichst wieder richtig besser geht und er zum Beispiel eine bessere Wohlfühlstimme dann bald wieder abgibt wir empfehlen ja den Wählerinnen bei jeder Änderung wo sie spüren dass es ihnen jetzt ein bisschen schlechter geht oder ein bisschen besser geht als vorher sofort die veränderte Wohlfühlstimme dem Bundeswahlleiter mitzuteilen oder den Landeswahlleitern je nachdem wie das dann organisiert sein wird ja und ja insofern ist alles gesagt das heißt also die Grunderkenntnis von Professor Richard Dawkins das Anwaltswesen braucht neue Strukturen weil es schädlich ist für uns alle und die Anekdote vom alten China die uns daran mahnt dass das Gesundheitswesen neue Anreizkonstellationen braucht neue starke positive Anreize braucht weil es eine Katastrophe ist und uns riesigen Schaden zufügt ja das ist das worum es geht ja also aber wir wollen ja heute nicht die ganze Welt erklären sondern nur eine Kurzzendung machen und jetzt reicht das für heute denke ich und wir haben damit alles getan ist schon wieder eine Stunde geworden Tschüssi bis bald